Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, heute geht es mal um ein Spaßprojekt. Ich habe mir über meinen Winterurlaub mal was zum Basteln, zum Spielen besorgt. Ein Raspberry Pi Pico und da geht es heute um die Grundlagen, was man so ein bisschen damit machen kann, wie man so ein SDK installiert, damit man überhaupt damit was machen kann. Ein paar Projekte und ja, genau, gucken wir einfach mal, was da so geht. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23 und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulung an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open-Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux-Open-Source-Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eure individuellen Schulungen gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Frag da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. Damit man das Ganze so ein bisschen besser sehen kann, habe ich mal ein Foto gemacht. Denn wenn ich das jetzt so in die Kamera halte, dann wird es transparent, denn das ist grün genug. Das ist dieselbe Farbe, wie mein Greenscreen hat. Ja, was wir da jetzt sehen, ist so eine relativ kleine Platine in der Mitte. Dieses grüne, die kommt eben von der Raspberry Pi Foundation, glaube ich heißen die. Und dort ist dieser kleine Chip drauf. Dieser kleine Chip in der Mitte, das ist letztendlich dieser Microcontroller. Und in dem stecken zwei ARM Cortex-M0 Plus Chips, die normalerweise mit 133 MHz takten. Also das ganze Gerät spielt in einer komplett anderen Liga als die Raspberry Pis. Das Ding ist viel, viel kleiner und das sieht man auch bei der RAM-Größe. Wir haben 264 Kilobyte RAM, also nicht Megabyte, sondern Kilobyte. Das ist ein Tausendstel ungefähr von dem, was es am Anfang bei den Raspberry Pis gab. Die gibt es jetzt ja auch mit bis zu 8 Gigabyte RAM. Also wirklich komplett andere Liga. Und in diesem RAM werden einmal die Programme ausgeführt oder ja, man kann sie auch direkt aus dem Flash ausführen. Da sind dann 2 Megabyte Flash auf dieser kleinen Platine, sind auch noch mit drauf. Und mit diesem wenigen RAM und 30 GPUs und insgesamt 40 Pins plus 3 für Debug, kann man eigentlich schon eine ganze Menge mit machen. Wir haben auf der einen Seite ein USB 1.1. Das ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ungefähr, ja, wie alt macht das sein? 20 Jahre vielleicht, grob geschätzt. Also das gibt es dann auch noch. Darüber kriegen wir Strom rein, darüber schreiben wir unsere Programme in diesen Flash-Speicher und man kann das wohl auch als Host- und Geräte-Modus verwenden. Also man kann der Geräte anschließen, wenn man eine Stromversorgung eben über einen von diesen Pins oder über zwei natürlich von den Pins macht. Oder man soll eben auch verschiedene Geräte damit emulieren können. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber es gibt eine Menge dazu im Internet. Dazu auch nachher noch ein bisschen mehr. Interessant finde ich auch noch, dass es sehr viele verschiedene Schnittstellen gibt. Also zum Beispiel Analog-Digital-Umsetzer. Also damit kann man denn Dinge digitalisieren. Und dann gibt es vier PIOs. Das sind programmierbare Ein- und Ausgabe-Pins, die mit einer Zustandsmaschine in sehr, sehr hoher Frequenz irgendwelche Signale generieren können. Es gibt Leute, die haben damit VGA-Signale gebaut, sodass man einfach einen Monitor anschließen kann mit, ja, zwar ein paar Widerständen dazwischen, aber nicht mit wirklich richtiger Elektronik noch dazu. Oder auch HDMI- oder DVI-Signale damit generiert haben. Oder auch mit ein paar Bauteilen, Kondensator und ein, zwei Widerstände kann man eine Soundkarte damit bauen. Also das ist sehr, sehr flexibel. Diesen Raspberry Pi Pico, den kann man eben auch ohne dieses ganze Zubehör so kaufen. Der kostet dann halt vier, fünf Euro. Das sieht dann so aus, wenn ich das mal so in die Kamera halte, ohne dass jetzt der Filter für den Greenscreen da zuschlägt. Das ist rosa genug, damit man es nicht kaputt macht im Greenscreen. Dabei sind dann allerdings auch nicht diese Stiftleisten dabei, damit man es auf so eine, ja, auf so ein Breadboard, heißt das glaube ich, draufstecken kann. Das muss man halt dann noch dazu kaufen, kostet auch nicht wirklich viel. Oder man verlötet diese Lötösen halt irgendwie anders oder macht da kleine Stecker rein. Kann man eine Menge mit machen. Neben dem Raspberry Pi Pico gibt es eben auch verschiedene andere Boards von verschiedenen Herstellern, die denselben Chip verwenden. Also diesen RP2040, wo, ja, RAM drauf ist, aber auch kein Flashspeicher. Der Flashspeicher ist in einem externen Chip, sodass andere Hersteller sich überlegt haben, ja, diese zwei MB sind ein bisschen wenig. Man kann bis zu 16 MB Flashspeicher da anbauen. Es gibt welche, die haben auch noch ein WLAN-Chip draufgepackt oder eine Netzwerkbuchse oder Bluetooth oder es gibt sogar eine Spielkonsole, die das verwendet. Damit kann man, ja, Retro-Spiele spielen und wirklich viel, viel mehr. Soweit ich das gesehen habe, ist aktuell aber eben von der Raspberry Pi Foundation das aktuell das günstigste, was man so kriegen kann. Die anderen sind halt viel teurer, je nachdem, was drauf ist oder ob es irgendwie besonders klein ist. Es gibt auch so einen ganz kleinen, der ist groß wie eine Briefmarke, hat rundherum denn diese Lötaugen und der kostet irgendwas bei 20 oder so. Also das ist wirklich die billigste Variante, wenn ihr da einfach mal einsteigen wollt. Ja, damit man das Ganze auch irgendwie sinnvoll verwenden kann. Wir haben ja kein Betriebssystem drauf, sodass wir da über Netzwerk irgendwelche Programme drauf schieben können oder, ja, dass wir in der beliebigen Programmierumgebung da Sachen drauf machen können. Wir haben kein Desktop und so weiter. Darum brauchen wir jetzt erstmal dieses Raspberry Pi Pico SDK. Das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich wollte die Variante für C verwenden. Es gibt auch für Python irgendwas. Das hat mich jetzt nicht wirklich interessiert. Und ich habe mir so ein Skript zusammengebaut. Ich habe mir angeguckt, wie, ja, wie man das so per Hand macht. Und es gibt auch ein offizielles Skript von der Raspberry Pi Foundation, wo sehr, sehr viel mit installiert wird, was ich eigentlich gar nicht haben wollte. Und ich habe quasi so ein Best-of daraus gemacht und habe noch andere Sachen eben hier ausgewählt, die ich wiederum dazu haben wollte. Und darum habe ich jetzt ein komplett eigenes Skript. Dann haben wir auf diesem Board, wie es direkt aus der Tüte hier fällt, schon eine kleine LED drauf. Die können wir einfach blinken lassen. Da habe ich einfach mal so ein Projekt gemacht, beziehungsweise da nehme ich ein Beispielprojekt, kombiniere was. Denn so wie dieses Projekt da drin ist, lässt sich das nicht kompilieren, jedenfalls nicht bei mir. Dann habe ich noch einen Feuchtigkeitssensor. Ich springe nochmal kurz zurück. Das ist dieses blaue kleine Kästchen da. Das habe ich aus so einem Satz mit verschiedenen Sensoren da gefunden. Ist, glaube ich, für Arduino gewesen. Funktioniert aber auch super mit dem Raspberry Pi Pico. Schließe ich da denn an, also über diese Drahtbrücken und verwende das damit. Und es gibt dafür eben auch, ja, eine Bibliothek auf GitHub. Und dort hat jemand das schon mal so vorbereitet, dass man den sehr einfach ansteuern kann. Und das ist dieser DHT11-Sensor. Und er kommt aus diesem Sensorkit. Und bei Joyit, da findet man eben zu diesem Sensor auch Informationen. Da gibt es so ein Datenblatt und eben wie man das ganze Ding auch verkabelt mit verschiedenen Geräten. Ja, durchaus praktisch. Und wir brauchen halt, wenn man das nicht direkt verlöten will, so ein, ja, halte ich jetzt nochmal hoch. Also die Steckbrett hier, da kann man eben diese Sachen einfach raufstecken, kann man dann wieder runternehmen. Je nachdem, wie man es halt braucht. Und verbindet das mit Drahtbrücken und Kabeln. Und ja, genau, so kann man so ein bisschen Prototype-mäßig das Ganze machen. Und je nachdem, was man sonst noch so vorhat, kann man natürlich auch noch verschiedene LEDs draufpacken. Habe ich hier mal auch gemacht. Und mit Vorwiderstand natürlich, damit das Ding nicht kaputt geht. Also LEDs sollte man immer einen Vorwiderstand haben. Ich habe ja 330 Ohm dafür mal genommen. Die leuchten dann nicht wirklich hell. Ein kleinerer Widerstand hätte es auch getan. Aber was man halt so rumliegen hat. Die C-Projekte, die müssen ja richtig kombiniert werden für diese Plattform. Da brauchen wir das SDK für. Und über C-Make definieren wir in dieser C-Make-Lists.txt, welche Funktionen mit eingebaut werden sollen. Oder eben auch, wie unser Projekt aufgebaut ist. Und dann wird aus dieser C-Make-Datei eine Make-File, sodass wir das Ganze nachher eben auch kompilieren können über Make. Das gucken wir uns nachher nochmal genauer an, bloß als Überblick. Und wir können eben dem Raspberry Pi Pico über Parameter sagen, welche Schnittstellen wir zum Debugging benutzen möchten. Wir können uns so eine serielle Konsole damit basteln. Da können wir dieses U-Art mit aktivieren. Wir können das ausmachen, dann kommt halt die 0 dahin. Oder 1, dann ist es an. Oder wir verwenden einfach den USB-Port. Also wir schließen das Gerät ja normalerweise eh über USB an, um unser Image, unser kompiliertes Programm zu übertragen. Und wenn man den Pi hinterher stecken lässt im USB-Port, dann bekommt er darüber eben auch Strom. Und wir können über verschiedene Programme, die serielle Konsolen öffnen, eben auch darauf zugreifen. Denn darüber wird ein serielles Gerät über USB emuliert. Und da können wir zum Beispiel mit Putty drauf zugreifen oder auch mit Minicom. Und dann können wir uns die Bug-Ausgaben einfach angucken. Auch eine praktische Sache. Wenn wir unser Programm fertig kompiliert haben, haben wir so eine UF2-Datei. Da ist alles drin, was wir brauchen. Also irgendwelche Bibliotheken sind dann damit eingelingt. Und wir haben quasi ein Betriebssystem damit drin. Das ist wirklich komplett alles, was wir brauchen. Und das müssen wir jetzt noch auf diesen Pi Pico rüberkriegen. Dazu halten wir jetzt die Taste. Da ist so ein kleiner Taster drauf. Man hört ihn auch. Der ist da drauf. Und wenn man den jetzt drückt und festhält und jetzt den Pi Pico über USB mit dem Rechner verbindet, dann emuliert der ein USB-Laufwerk. Und auf dieses USB-Laufwerk kopieren wir halt unsere UF2-Datei drauf. Dann geht das auch sehr schnell. Die ist dann da drauf. Und dann startet das Programm auch sofort. Und wenn wir jetzt unser USB-Debugging aktiviert haben, können wir zum Beispiel mit Minicom auch direkt drauf zugreifen. Denn der Raspberry Pi Pico generiert so ein USB-Rasperi-Pi-Pico-Gerät, ein serielles Gerät, was USB kommuniziert. Und dann können wir eben direkt darauf zugreifen und sehen unsere Debug-Ausgabe. Und zum Beenden von dem Minicom strga drücken, dann loslassen und dann X drücken und dann können wir ihn auch wieder beenden. Ja, so viele Möglichkeiten hat man mit diesem kleinen Gerät, was doch so günstig ist. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen rausgepickt. Ich habe jetzt bei YouTube mal geguckt von dem Robin Grosset. Da gibt es verschiedene Videos. Die finde ich sehr beeindruckend, was man damit machen kann. In dem einen Video hat er ein HDMI-Monitor angeschlossen. Und da braucht er bloß so ein paar Widerstände oder Kondensatoren dafür. Und dann hat er ein HDMI-Bild. Dasselbe macht er mit VGA. Da braucht er ein paar andere einfache Bauteile. Und er baut auch eine kleine Soundkarte damit. Und mit wie wenig Aufwand, also an zusätzlichen elektronischen Teilen, das einfach funktioniert, finde ich beeindruckend. Und ja, da kommt dann halt Ton raus, ein Bild raus und das funktioniert einfach so. Man muss das natürlich programmieren, aber es braucht halt keine zusätzlichen Teile. Finde ich gar nicht schlecht. Dann gibt es auch für Go-Programmierer eine Tiny-Go-Umgebung dafür. Oder da das Gerät ja zwei CPUs hat, gibt es auch einen Vortrag dazu, wie man damit beide Cores auch ausnutzen kann auf diesem kleinen Gerät. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, über TinyML vorberechnete, also schon trainierte KI-Modelle auf dem Raspberry Pi Pico auszuführen. Ja, und zu diesem PIO-System, um wirklich schnell Signale zu generieren, gibt es natürlich auch noch was bei YouTube. Guckt da einfach mal vorbei bei diesen ganzen Videos. Ja, und dann habe ich noch mal so geguckt bei GitHub überwiegend, was es noch für Projekte gibt. Und es ist wirklich beeindruckend. Ihr könnt natürlich einmal selbst gucken, zum Beispiel über diesen Suchparameter hier. Da gibt es Ansteuerungen für TFTs. Dann gibt es eben für Web- und FTP-Server auch eine Möglichkeit da drauf. Und für WLAN und Web-Server, für irgendwelche Gamepads, die sich Leute gebastelt haben und den als Controller dafür verwenden. Dann irgendwie wie man ein USB-Mikrofon da baut. Das ist so ein bisschen Hardware basteln, hat eben auch jemand gemacht. Die USB-Soundkarte, eine Tastatur, eine Grafikbibliothek, damit man so ein angeschlossenes TFT auch irgendwie nutzen kann. Man kann einen SD-Kartenleser anbauen und da Sachen draufschreiben und wieder runterlesen. Und es gibt eine DOS-ähnliche Shell mit integrierter Bash. Und das läuft eben auch auf diesem kleinen Gerät. Und wenn man das eben richtig anschließt, dann kann man das eben auch so benutzen, so vielleicht wie ein C64. Ich finde es beeindruckend. Guckt da einfach mal vorbei, wenn euch das interessiert oder, ja, genau, sonst halt nicht. Ja, dann zu meinem Skript, was euch das Pico SDK für C installiert. Wir haben einen Teil, der eben als Root ausgeführt wird, bis hier. Und den Rest machen wir halt als normaler Benutzer. Also als der Benutzer, unter dem wir jetzt auch unsere Software entwickeln wollen. Und darunter wird nachher das Ganze auch kompiliert. Als erstes installieren wir als Root verschiedene Pakete. Wir brauchen hier Git und Python brauchen wir eben auch für einige Sachen. CMake und den Compiler für diese Plattform. Das ist eben der GCC-Verarm. Und Minicom ist diese Software, damit wir auf diese serielle Schnittstelle zugreifen können, zu Debuggingzwecken. Dann sorgen wir eben auch noch dafür, dass unser normaler Benutzer, also unter dem wir entwickeln wollen, auch auf diese serielle USB-Schnittstelle zugreifen darf, indem wir den Benutzer eben in die Gruppe Dial-Out hinzufügen. Dann als nächstes laden wir verschiedene Dinge runter, nachdem wir ein Projektverzeichnis oder vielmehr ein Verzeichnis für alles, was wir mit dem Pico machen wollen, angelegt und da reingewechselt haben. Wir laden einmal dieses SDK runter, dann Beispiele, Extras, noch ein bisschen Spielzeug, das laden wir alles runter und dann kommt auch noch ein Pico-Projekt-Generator dazu. Der ist besonders praktisch, wenn wir neue Projekte anlegen. Der generiert uns ein neues Verzeichnis für das Projekt, wo schon vieles voreingestellt ist. Sehr praktisch das Ding, würde ich immer mit dazu nehmen, auch wenn man es nicht direkt braucht, aber es nimmt eine Menge Arbeit ab. Dann habe ich hier noch ein neues Verzeichnis für Dokumentation und dort hole ich mir einmal dieses Getting Started with Pico runter, also dieses komplette Handbuch, da steht sehr, sehr viel drin, ist auf Englisch, aber auch lesenswert. Da erfährt man eine ganze Menge darüber, wie das Ding funktioniert, was man damit machen kann. Tolle Sache. Und was auch sehr praktisch ist, ist dieses Pin-Out-Bild. Dort ist eben einmal aufgelistet, an welchem Pin von dem Pico man was machen kann. Viele von diesen Pins sind eben doppelt und dreifach belegt und da steht eben auch drauf, was man mit den einzelnen Pins machen kann und welche Nummer die eben haben, denn diese Nummern braucht man, um mit Software darauf zuzugreifen. Dann hinterher, nachdem das alles runtergeladen ist, müssen wir noch Pfade eintragen, damit die verschiedenen Programme, also der GCC zum Beispiel und das CMake und so weiter, die ganzen Bestandteile auch finden. Da werden Umgebungsvariablen in der Bash-RC eingetragen, in eurer persönlichen Bash-RC für den jeweiligen Benutzer, mit dem ihr entwickeln wollt. Und wenn ihr jetzt die Bash verwendet, eine neue Sitzung mit Bash aufmacht, dann werden diese Umgebungsvariablen geladen und dann funktioniert das auch so, wie es soll. Ich habe mir jetzt so einen Linux Mint geschnappt und werde darauf jetzt das SDK installieren. Das Ganze läuft in einer virtuellen Maschine. Und da fange ich jetzt erstmal an und gucke nochmal kurz rein in das hier Skript mit dem Pico SDK installieren. Das muss ich ja noch so ein bisschen anpassen, denn ich habe auch zwei Teile. Ich habe einmal den Root-Teil und den normalen Teil. Ich nehme jetzt erstmal hier die Paketinstallation, hole mir Root-Rechte und lasse es einfach jetzt mal durchführen. Da werden jetzt verschiedene Pakete runtergeladen mit den Abhängigkeiten, die benötigt werden. Ja, und das braucht ein bisschen Platz hier, ein bisschen mehr Platz auf meiner SSD. Ja, und das dauert ein bisschen. So, die Software ist jetzt installiert und auch schon vorkonfiguriert. Als nächstes fügen wir jetzt unseren normalen Benutzer zur Gruppe Dial-Out hinzu. Mein normaler Benutzer heißt eben Test. So unkreativ wie einfach. So, und jetzt mache ich normal weiter als Benutzer Test. Das heißt, ich editiere jetzt einfach mal diese Pico SDK installieren Datei und schmeiße die ersten Zeilen raus, die ich eben als Root gemacht habe, sodass eben bloß noch das drin steht, was ich eben als mein normaler Testbenutzer machen möchte. So, Änderungen speichern und ausführen. Jetzt wird erstmal das SDK geklont, also der Quelltext wird von GitHub runtergeladen und diese ganzen Unterprojekte, die kommen eben auch noch mit. Und ja, das dauert ein bisschen, bis das alles zusammen ist. Und ja, die Beispiele, die Dokumentation, das kommt jetzt alles nach und nach und das dauert halt. Das ist mal wieder so ein richtiger Zeitsprungschnecken-Moment oder beziehungsweise eine längere Zeit. Aber zum Glück ist es jetzt auch wirklich fertig. Also wir haben jetzt das ganze Zeugs zusammen, um Programme für den Pico zu entwerfen oder einfach mal Vorhandenes zu kompilieren. Wenn ich jetzt in das Pico, verzeihen, das mal reingehe und einfach mal gucke, mit Diskusage minus S kriege ich so einen Überblick, wie viel da drin ist, wenn ich noch ein H dazu packe. Also 2,4 Gigabyte Zeug haben wir schon runtergeladen, liegen jetzt auf der Platte rum, damit wir für ein Gerät, was 2 Megabyte Flash-Speicher und ein paar Kilobyte Arbeitsspeicher hat, Programme bauen zu können. Also was für ein Größenunterschied das ist. Ja genau, und das Linux Mint, das sagt mir sogar schon hier, da ist aber ein bisschen wenig Platz drauf. Ja, okay, die Projekte selbst werden zum Glück nicht so groß. Dann das Projekt zum Blinken lassen von der direkt auf der Platine sich befindlichen LED. Wir wechseln erst mal in dieses Verzeichnis mit den Beispielen und dann auch noch in das Verzeichnis von unserem Projektgenerator. Und dann lassen wir uns eben auch ein neues Projektverzeichnis mit verschiedenen Dateien anlegen und damit können wir auch wirklich was anfangen. Dann wechseln wir in das neu entstandene Verzeichnis von unserem Projekt hinein und kopieren uns aus dem Beispielbereich diese Blink-C-Datei. Da ist eigentlich schon alles drin, was wir brauchen, um die LED blinken zu lassen. Allerdings ist diese CMakeLists.txt, die in dem Verzeichnis schon drin liegt, irgendwie kaputt. Die funktioniert nicht, also kopieren wir jetzt den Quellcode von dem Programm in unser neu generiertes Blink-Verzeichnis rein und gehen in dieses Bildverzeichnis, was der Projektgenerator uns auch noch angelegt hat und kopieren das. Und nachdem das eben kompiliert ist, haben wir unsere UF2-Datei und dann kopieren wir das Ding eben mit Festhalten von dem Taster, Anstecken an USB auf den Raspberry Pi Pico. Fangen wir jetzt Schritt für Schritt einfach mal an und ins richtige Verzeichnis rein und in den Projektgenerator-Ordner auch noch. Kopieren, einfügen. Jetzt sind wir in dem Generatorverzeichnis drin. Jetzt generieren wir uns unser Projektverzeichnis für unser neues Blink-Projekt. Dann wird da Verschiedenes generiert. Wenn ich da jetzt mal reingehe, das Verzeichnis, haben wir hier eine vordefinierte CMakeLists-Datei, die für CMake halt gebraucht wird und da wird eben eingetragen für, ja, wie das Projekt heißt, welches Programm da als Hauptprogramm quasi gebraucht werden soll und dass wir hier nicht das USB-Debugging verwenden wollen, sondern halt das Über-Uhr hat, also das Serielle. Das müssen wir eigentlich noch umstellen, aber für das Blink-Projekt brauchen wir das nicht. Für andere Projekte müssen wir das halt ändern, wenn wir über den USB-Port da was sehen möchten. Ja, und dann werden hier noch zusätzliche Standard-Bibliotheken mit eingelinkt, zusammen mit dem Hauptprogramm quasi. Jetzt kopiere ich mir hier noch über den CP-Befehl aus dem bereits vorhandenen Beispiel, den Quelltext Blink.c. Schauen wir einfach mal in diese Blink.c-Datei rein. Das hier ist letztendlich auch schon alles. Als erstes wird eine Header-Datei eingelesen, die direkt für den Pico-Standard-Funktion mitbringt. Und dann haben wir hier unsere Main-Funktion, also unser Hauptprogramm. Das ist in dem Bereich hier. Und dann haben wir hier so ein Makro. Dieses Makro enthält letztendlich eine Zahl, wie diese PIN-Nummer ist, wo diese LED auf dem Board mit angesteuert wird. Das ist eben einfach bloß eine Zahl intern. Und bevor der Quelltext wirklich kompiliert wird, wird das durch den Prä-Prozessor durchgejagt. Und er ersetzt diesen Platzhalter durch die richtige Zahl. Das geschieht hier unten eben auch nochmal. Und dann wird diese Zahl in einer Konstanten abgespeichert, die denn so heißt. Dann wird dieser PIN aktiviert, initialisiert, damit er benutzt werden kann. Dann wird noch die Richtung angegeben, dass dort ein Ausgabe-PIN sein soll. Also man kann den Strom anmachen, man kann ihn ausmachen. Und das wird über den Befehl hier gemacht und eben über die Richtung. Wenn das jetzt ein Taster wäre, würde man sagen GPIO-IN. Und ja, dann kommt hier noch eine Schleife, die halt unendlich läuft. Dann wird einmal über den PIN hier Strom angelegt. Dann wird hier eine Viertelsekunde gewartet. Dann wird der Strom wieder ausgemacht. Dann wird wiederum eine Viertelsekunde gewartet. Und dann geht die Schleife von vorne los. Und über diesen Befehl GPIO-PUT wird an ein PIN was geschrieben, wenn er eben als Ausgabe-PIN definiert ist. Und ja, entweder 1 oder 0. 0, Spannung, an, aus, der Strom fließt oder eben auch nicht. Ja, das ist schon alles. So, jetzt können wir das Programm auch kompilieren. Der Projektgenerator hat für uns schon ein Bildverzeichnis angelegt. Und auch schon eine Make-File angelegt, die wir für das Programm Make, was das eigentliche Kompilieren anstößt, ja, gebraucht wird. So, jetzt stoße ich das Kompilieren an über Make. Ja, dann dauert das ein bisschen. Da werden Sachen mit eingebunden. Da werden Quelltexte kompiliert. Und diese Bibliotheken aus dem SDK, die müssen eben auch nochmal kompiliert werden. Und dann wird das alles zusammengepackt. Und wir haben hinterher eine, na, wo ist sie? Okay, wir haben diese Blink-UF2-Datei. Ich packe da nochmal ein paar Kilometer dazu, damit wir das in einfach lesbarer Form haben. Wir haben jetzt 41 Kilobyte für unser komplettes Programm mit allen Abhängigkeiten. Quasi auch noch das Betriebssystem so drum. Und jetzt kann ich das halt so machen. Jetzt habe ich was vorbereitet. Achtung! Genau. Jetzt habe ich eine zweite Kamera angebaut, sodass ihr das auch sehen könnt. Also jetzt machen wir hier live die Platine mit dem Chip da drauf. Und das hier ist dieser Taster. Und wenn ich den Taster jetzt einfach mal runterdrücke, hat einmal Klack gesagt, vielleicht hat man es gehört oder nicht, weiß ich nicht. Und mit der anderen Hand fummele ich jetzt, na, nicht abrutschen, und mit der anderen Hand fummele ich jetzt den USB-Stecker rein. Immer gut festhalten. So, ich glaube, das war lange genug. Dann muss ich den Taster auch wieder loslassen. Das dauert eine gewisse Zeit. Und jetzt springe ich wieder um zu meiner virtuellen Maschine. Und in der virtuellen Maschine habe ich das so konfiguriert, dass der USB-Port direkt durchgeleitet wird. Also das lande ich an meinem Host-System, sondern lande jetzt in der virtuellen Maschine. Und unter dem Linux Mint hat sich jetzt der Dateimanager geöffnet. So, und ich möchte jetzt mein kompiliertes Programm da drauf bringen. Da suche ich jetzt in meinem, ja, Verzeichnis hier, Pico, Projektgenerator, Blink, Bild und meine, mhm, da, kopieren, zack, und einfügen. So, jetzt ist das schon drauf. Und ich sehe jetzt schon, dass es blinkt, damit ihr es auch noch sehen könnt. Ja, ist das nicht schön. Jetzt blinkt es. Also damit haben wir jetzt schon mal so dieses minimalistische Hello World damit gebastelt. Mein zweites Beispiel, was man damit machen kann, ist dieser Feuchtigkeitssensor, den ihr als DHT11, ja, bei verschiedenen Herstellern halt kaufen könnt. Und wenn ihr das jetzt von dieser Firma hier gekauft habt, steckt das Ganze auf so einer Platine drauf, die ihr entweder direkt in so einen, ja, Entwicklungsbord hier reinstecken könnt, das blaue Ding da drauf. Die Chips funktionieren ja alle gleich. Es ist immer derselbe Chip. Und ihr könnt ihn auch direkt verlöten. Zum Glück gibt es von einem Entwickler hier auch eine Bibliothek für diesen Pico, eine C-Bibliothek. Die laden wir uns jetzt einfach runter. Also wir klonen dieses Git-Projekt, wechseln da rein. Und dann editieren wir noch diese Datei, wo dieser Sensor halt direkt angesteuert wird und stellen dieses DHT-Modell auf DHT11. Es gibt auch noch den, ja, den großen Bruder von diesem Sensor. Das ist der DHT22. Der ist standardmäßig eben voreingestellt in dieser Quellcode-Datei. Und wenn wir jetzt den PIN auf dem Port 28 haben, so wie ich das bei mir angeschlossen habe, dann müssen wir eben auch noch die PIN-Nummer hier eingeben oder eben einen beliebigen anderen PIN, den ihr halt ausgewählt habt. Und dafür braucht ihr am besten dieses Übersichtsbild, was sich in dem Doc-Verzeichnis befindet. Nachdem wir den Quelltext besorgt haben und in das Verzeichnis reingewechselt sind, machen wir ein Verzeichnis, wo drin wir kompilieren wollen. Das heißt eben häufig Bild, neu anlegen, rein wechseln. Dann die CMake-Datei, die sich eine Verzeichnisebene da drüber befindet. Die wollen wir halt umwandeln in eine normale Make-File. Das machen wir eben über cmake.punkt und über Make stoßen wir das Kompilieren an. Nachdem das Ganze kompiliert wurde, haben wir hinterher unser Betriebssystem mit dem Programm in einer Datei, in dieser UF2-Datei. Und indem wir jetzt bei dem Pico diesen Taster festhalten, anstecken an Rechner, haben wir ein USB-Laufwerk, da kopieren wir die Datei einfach drauf und dann geht es eben auch los damit. Und hinterher können wir über Minicom mit diesen Parametern drauf zugreifen und können uns an der Ausgabe erfreuen, die wir darüber sehen. Zum Beenden von Minicom, strga drücken, dann loslassen und hinterher x drücken. Ja, dann kommen wir auch wieder raus. Ich habe mir hier wiederum mein Skript geöffnet in der zweiten Shell. Ich lade mir erst mal den Quelltext über Git herunter. Ich bin jetzt einfach mal in diesem Pico-Verzeichnis. Das legt mir einfach ein Unterverzeichnis mit an, was hier Pico DHT, also für diesen Feuchtigkeits- und Temperatursensor anlegt. Da gehe ich dann rein und editiere die Datei DHT-Example. Und da ich einen DHT 11 und nicht den 22er verwende und auch Port 28 habe, passe ich das hier im Quelltext ein bisschen an. So, einmal speichern und beenden über strg und x. So, jetzt habe ich meinen Quelltext geändert. Gucken wir jetzt auch noch mal in den Quellcode von dem Feuchtigkeitssensor-Programm rein. Was da drin steht. So. Also, es wird ein bisschen mehr eingebunden, also mehr Header-Dateien als bei unserem vorigen Beispiel. Zum Beispiel DHT. Da befinden sich halt Informationen über die Funktionen, die es halt für den Feuchtigkeitssensor gibt. Dann wiederum die Pico-Standard-Bibliothek STD-In und Out. Also, Befehle für, ja, Ein- und Ausgabe. Das brauchen wir halt für, wo steht's, für das Printf auf unsere serielle Konsole. Dafür brauchen wir das denn noch. Dann hier eben das Festlegen von dem Modell, also den DHT 11. und an welchem Pin das Ganze anliegt. Dann eine Funktion, die, ja, Celsius zu fahren halt umrechnet, wer es braucht. Dann haben wir natürlich auch noch unsere Main-Funktion. Die wird halt gestartet, wenn das Programm ausgeführt wird. Und die kann auch eben verschiedene andere Funktionen aufrufen. Dann mit dieser Funktion hier werden, ja, verschiedene Pins initalisiert und Sonstiges gemacht, damit das alles funktioniert. Der USB-Seriellteil wird damit auch irgendwie gestartet. Dann über Putz wird als erstes was ausgegeben auf der seriellen Konsole. Dann wird hier so eine Struktur, wo die Informationen, die aktuellen Informationen von dem Feuchtigkeitssensor und auch dem Temperatursensor abgelegt werden sollen. Das Ganze wird jetzt auch noch mal mit Parametern initalisiert und denn auch hier, ja, vorbereitet. Dann läuft das Ganze in eine Schleife, die unendlich läuft. Und wir haben hier am Ende immer eine Pause von, ja, zwei Sekunden. Alle zwei Sekunden kriegen wir sowieso bloß einen Wert daraus. Das öfter zu machen, macht nicht so viel Sinn. Dann wird hier eine Messung durchgeführt. Also der Sensor wird direkt abgefragt über diese Kabel und die Pins und so weiter. Und dann wird der aktuelle Wert von Temperatur und Feuchtigkeit in dieser Struktur abgelegt. Dann wird hier, ja, noch irgendwie das beendet. Wird da irgendwie rausgefummelt. So hundertprozentig, weiß ich nicht, ich habe nicht nachgeguckt, wie jetzt diese ganzen Dinge auch funktionieren. Aber das wird dann auseinander gedröselt aus dem Ausgelesenen hier, aufgeteilt in Feuchtigkeit und Temperatur in Grad Celsius. Dann wird noch mal geguckt, ob das Ergebnis von diesem Auslesen auch funktioniert hat. Das ist hoffentlich hier okay. wenn das funktioniert hat, wird eben ausgegeben, die Temperatur hier, die Variable, wird an dieser Stelle in so einem String eingebettet als Fließkomma-Wert. Das Umgewandelte in Fahrenheit, das landet denn an der Stelle und die Feuchtigkeit in Prozent kommt aus der Variablen und landet halt da. Ja, und wenn es halt einen Fehler gibt, wenn es ein Timeout gibt, dann gibt es hier halt diese Fehlermeldung und wenn die Checksumme, da wird wohl irgendwie berechnet, dass diese Werte, die dort hin und her fließen, auch korrekt sind. Wenn das halt nicht funktioniert haben sollte, gibt es hier die andere Fehlermeldung. Und diese ganze Schleife läuft und läuft und läuft und läuft und gibt alle zwei Sekunden was aus. Ja, das war es insofern. Und da das Ganze schon mit einem funktionsfähigen cmakelists.txt mitkommt, aber ohne Bildverzeichnis, lege ich mir jetzt ein neues Bildverzeichnis an, mache cmake, weil ich aus dieser cmakelists.txt noch eine Make-File haben möchte, lege ich mir das denn so an und starte einfach das Kompilieren über Make. Jetzt wird das wieder gebaut und ein paar Sachen werden dazu gebastelt. Das tut und macht. Und da jetzt eben zusätzliche Dinge auch noch mit eingebunden werden, dauert es jetzt noch mal ein bisschen länger, bis das Ganze fertig ist. Aber jetzt auch nicht wirklich so wahnsinnig lange. Wenn ich jetzt wieder gucke, LS-LH, dann habe ich wieder verschiedene Dateien und ich habe auch die UF2-Datei, die ist mit dieser Funktionsbibliothek für den Feuchtigkeitssensor jetzt insgesamt 66 KB groß. So, jetzt wieder selbes Spiel. Ich schreibe mal kurz um. so, jetzt blinkt der immer noch. Also er blinkt die ganze Zeit. Strom ist ja noch dran. Jetzt stecke ich einmal USB aus. So, jetzt drücke ich wieder auf den Knopf und stecke USB wieder an. Festhalten, festhalten, festhalten. So, jetzt ist er auch da. Dann wieder umspringen zur virtuellen Maschine. Ich habe hier wiederum mein zusätzliches USB-Laufwerk. Dort muss ich jetzt wieder mein Image finden. Da habe ich das in dem Verzeichnis drin, im Bildverzeichnis. Und jetzt habe ich das hier. Kopieren. Einfügen. Ja, das USB-Laufwerk ist weg. Und ja, jetzt startet das eben sofort. Und jetzt kann ich als Neuerung mir das Ganze über die serielle Schnittstelle angucken, über Minicom. Ich setze eine Bautrate, also die Geschwindigkeit, mit der das Ganze kommunizieren soll. Das ist eine serielle Schnittstelle, also wie schnell die Bits quasi hin und her fließen sollen. Das ist jetzt hier 115.200 Bits fließen pro Sekunde maximal dahin und her. Und dieses Gerät heißt eben ja so und dann kommt da noch ein Anhängsel dran und durch das Sternchen erreiche ich das. Wenn ich das jetzt mal so eingebe. Wenn das mit dem Minicom irgendwie nicht funktionieren sollte, dann liegt es normalerweise an zwei verschiedenen Dingen. Entweder das wurde über USB nicht erkannt. Ich habe jetzt in meiner virtuellen Maschine nochmal konfigurieren müssen, dass ich jetzt auch den seriellen Modus von dem Gerät auch noch in meine virtuellen Maschine umlenken möchte. Dieser Boot-Modus, der so ist wie ein USB-Stick, den hatte ich freigeschaltet, schon umgelenkt, aber dieser seriellen Modus hat eine andere ID von dem, also das Gerät hat eine andere ID und darum musste ich das jetzt nochmal machen. Darum hat es jetzt gerade eben nicht geklappt. Aber jetzt funktioniert es. jetzt nochmal für euch quasi so ein bisschen Debugging. Also ich hole mir wiederum Root-Rechte und gucke einmal über D-Mask und Tail was passiert ist nach dem Anschließen von dem Gerät. Und dort steht jetzt eben drin, wir haben hier ein neues Gerät und wir haben ein TTYACM irgendwie eine Zahl dahinter, bei mir ist es halt 0. und das ist eben ja serielle Schnittstelle zum Debugging über USB. Das ist schon mal richtig und wenn das immer noch nicht funktionieren sollte mit meinem Minicom hier, dann kann es noch daran liegen, dass mein Benutzer jetzt immer noch nicht die richtigen Rechte hat. Jetzt gucke ich nochmal nach, wem dieses Gerät hier halt gehört. Ich habe es unter Debian ausprobiert, da hat es so funktioniert und mal gucken, ach so, okay, hier gehört es eben dem, muss ich nochmal richtig gucken, def, gut, man macht sich auch immer zu viel Arbeit, also Dial Out wäre prinzipiell richtig und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann liegt es daran, dass dieses Gerät von dem PicoPie nicht für den Benutzer freigegeben ist. Ich habe ihn ja in die Benutzer Gruppe Dial Out gelegt, damit ich darauf zugreifen kann. Ich habe mich aber noch nicht ausgeloggt aus meiner virtuellen Maschine und wieder angemeldet, denn die Gruppen werden erst beim nächstmaligen Anmelden überhaupt neu eingelesen, also von daher hat mein Benutzer Test diese Dial Out Gruppe noch nicht drin, also mache ich jetzt mal alles zu, das mache ich auch zu, ich melde mich einmal ab und wieder an, ignoriere, dass ich immer noch zu wenig Speicherplatz habe, das ist mir für diesen Testzweck aber wirklich egal und jetzt gucke ich mit dem Befehl Groups ob ich jetzt auch in der Gruppe Dial Out drin bin, genau das bin ich jetzt und jetzt gucke ich nochmal in mein Skript hier rein mit dem Feuchtigkeitssensor und jetzt mache ich nochmal hier mein Minicom und jetzt sehe ich eben die Ausgabe von meinem Pico mit den Temperatur Angaben zu ja in Celsius in Fahrenheit ist ein Amerikaner meine ich der das veröffentlicht hat und dann haben wir hier eben auch die Luftfeuchtigkeit dieser Sensor der gibt alle zwei Sekunden einen neuen Wert aus und den kann ich durch mein C Programm eben einlesen und gebe das hier über die reelle Konsole aus so jetzt möchte ich hier auch wiederum raus ich drücke stg a und x dann kann ich jetzt Minicom verlassen sage ich ja ja genau und damit habe ich es denn ja das war es denn für dieses mal auch schon probiert es aus wirklich viel zu verlieren habt ihr bei so einem billigen Dings eben auch nicht wenn es kaputt gehen sollte was ich erstmal so nicht denke aber dann habt ihr nicht so viel verloren und es ist wirklich finde ich jedenfalls eine faszinierende Möglichkeit wie man in diese Microcontroller Programmierung einsteigen kann und was man eben alles damit machen kann ja probiert es aus lasst es bleiben ansonsten abonnieren Glocke drücken und bis dann und tschüss